Zufrieden und doch auch weiterhin tief gezeichnet. Missbrauchsopfer Judy Huff nach der Urteilsverkündung am Dienstag in Santa Monica. Die Geschworenen eines US-Gerichts haben der Klägerin Recht gegeben und Bill Cosby, der nicht persönlich zur Urteilsverkündung erschienen war, zu 500.000 US-Dollar Schadensersatz verurteilt. Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby und heutige 84-Jährige wurde schuldig gesprochen, in den 70er Jahren die damals 16-jährige Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Zu einem Strafprozess kam es allerdings nicht, weil der Vorfall als bereits verjährt gilt. Über 60 Frauen haben dem Schauspieler sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Cosby hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. In einem Fall war er 2018 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, kam jedoch nach rund drei Jahren im Jahr 2021 frei, nachdem das höchste Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien das Urteil wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben hatte.